Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Witchwood. Wir werden heute versuchen, die Seele vom Ochsen einzufangen. Üblich von den Feldern ist der Ochse. Let's go. Oh! Habe ich eigentlich? Da unten. Wir müssen bestimmt was von den Banditen holen. Hallo, Ochse? Da ist ein Doggo. Ist das ein Lieber Doggo? Okay. Okay, okay. Er weiß es nicht. Ein Lieber Doggo ist es. Wir bauen noch schnell die Eier. Und dann gehen wir gleich mit dem Ochsen sprechen. Okay. Hi, Ochse. I work day in and day out. Ja, ja, ja. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Genauso wie die Leech. Doktor. Genauso wie der ein Farmer ist. Das Lazy Louds never understood the pride and joy of devoting oneself to the land. We have never won any of those competitions if it wasn't for my sacrifice. Oh. Oh. Hat er etwas besonderes sacrificed? Oh. 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 I'm better off. Oh. 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 ja schauen wir mal bei den banditen vorbei gibt's hier aber auch noch was bei ihm würde am liebsten seine sohn alle klaren also zwei einfach mit seiner familie spricht machen wir aber die wurde ich brauche aber zwei aber gut zu wissen dass das mehrere ist ja doch ich brauche jetzt für jeden einzelnen voodoo doll oh god bandit boss sly old fox everything kind of how do you manage to get your creaky bones past me grunts ja never too old to teach some youngins that hands are better left out of people's pockets ain't afraid of nothing I am no what do you know about the ox who works that southern fields he told me his family might have come through this way but on the other hand maybe we didn't what's it to you oh ich weiß nicht ob ich genug gold coins habe falls die gold coins haben wollen granny hier alles klar you need to get upset I was just playing games you know we seen that family boy and his mom if I remember always walking in the big boxes shadow always looking afraid of him too die wurden nicht gekidnappt die wurden nicht gekidnappt die wurden nicht gekidnappt die bin awful han- oh ja gut dann mache ich dir was zu essen die bin ist hart work und crime doesn't always pay ja gut do you know how to bake have we even got mass pie recipe right here humble pie müssen wir machen okay gibt's hier noch irgendwas zu looten ja wie lange hält das eigentlich mit der doll das war klaus das war klaus okay was machen wir für den kuchen ja mal das was ist das denn kann ich das ach ich brauche zweimal milch okay die crossfit habe ich dann gehen wir einmal milch holen die war ja hier direkt oben die kuh wo bist du bist du bist du ich möchte ein bisschen milch fangeln fangeln brauche ich nur einmal dough ich hoffe ja der kuchen ist fertig Ich glaube aber nicht, dass der mit einem Kuchen satisfied wird. Dabei bestimmt noch irgendwas. Soll ich immer durchrennen? Okay, ich glaube, der hat aber mit denen geredet, dass sie mich nicht anhalten. Ja, Humble Pie. Okay, alles klar, alles kläre ich ein Bierchen. Warum haben wir nichts, ach so, ja, wir wollen ja Infos haben, sagen, warum haben wir nichts böses reingemachen, ist ja blöd, wir brauchen ja die Soul Air vom Ochsen. Delisch. Something's different. He picks a small black feather from between his yellow teeth, oh no. I figured you could do with a serving of humility. Warst du doch nicht ganz das Rezept, hm? Are these spices too strong? It ain't the spices. It's just, it's just, he deteriorates into great shuddering sobs that shake the camp. Ma always said I was a bad seed, said I weren't good for nothing but eating and thieving. But all I really wanted to do was dance. I ain't been doing nothing but taking, always taking, Ma was right, oh no. Ich meine, er kann ja immer noch Tänzer werden. Er muss einfach nur aufhören böse zu sein. Der Ochs ist wahrscheinlich immer schlimmer. Ich bin spying on that Ochs for years now. Every full moon he'd go out into the fields, all by his lonesome. He towl at the sky, okay, ja. Abkakakonkopp, okay. Then it always sounded like he got into an argument with someone. But there was never anyone else there. Oh, except that creepy old scarecrow. Alles klar. Oh my god. Sorry dazu. Ich hab letztens wieder angefangen Supernatural zu schauen. Und ich war gestern bei der Folge mit der Scarecrow. Das ist einfach genau das. Wo die, wo das halt so ein, wie ein Gott, basically ist. Das ist wo so eine, so eine ganze Stadt oder so ein kleines Städtchen Sacrifices, jedes Jahr glaub ich war das, abgibt. Und ja, die Scarecrow ist dann die Menschen, I guess. Und dann haben die gute Crops. Sorry für die Spoiler. Es ist irgendwo in der ersten Staffel dieser Folge. Find sie aber nicht schlecht. Ich finde, das ist auch noch so einer der Folgen, die noch ein bisschen, ein bisschen Grusel drin hat. Im Vergleich zu den neueren Folgen. Sehr gut. Sehen die anderen jetzt auch nett zu mir? Nice. Jetzt müssen wir mit der Scarecrow sprechen. Nicht, dass sie mich angreift. Und wenn es, wenn es so wie bei Supernatural ist. Ja, ja. Es ist da. Was ist das? Oh, das ist eine ganze Formelung von. Es ist noch ein Ei. Oh, nein. This lumpy face seems to lay out at you as if expecting something. Baka Krohn Krop. The figure creaks against its pole, and its vegetative head twists to look at you. Oh yes. Have you come to strike a deal with the great Magne... Oh god. Skadi. Magne Nimminus, Harvestmaster. No thank you, I'm involved in quite too many dark contracts with supernatural beings already. Why then have you summoned me? Yes, the ox made a deal with you perchance. The ox, why yes. Terrible trade I say, but a deal is a deal. He said he wanted to win pretty prizes, grow the best crops, said he would give up anything in the world. Damn. He offered me his wife and son. What did you do with them? Ähm, I hope, der hat den nicht umüberacht. Very fine, okay. By supernatural wurden die Leute gekillt. My harvest will never fail. Okay. Oh, müssen wir die crops vergiften? Hmm. Who was... Oh! Withering can! Da-da-da-da! Wir müssen etwas neues bauen! Hmmmm. Maybe I can convince that vegetal fellow to give up that nice big watering can of his. Ah, das war dieser Zyklop, oder? Achso, der. Sorry, das ist kein Zyklop. Hede gerne deine Kanna, bitte! It seems he traded his family to a turnip wizard. Or field genie, or something like such. Or other such nonsense. Harvest master. Hmmmm. Aha. Hat der etwas selber schonmal in dir gehabt mit dem? I don't have time to exchange farm gossip. Hm. Was müssen wir machen mit dem? Justy, wait. Wait. My little baby is going... Going to grow up. To be... A great big baby. Is going to be... The... Was? The belly of the ball. At this year's festival. You swear the farmer rings at you. Okay. Aber wie soll ich ihm helfen? Does nobody here grow produce? In an honest way. Ich mir auch gerade. Ja, jar of water kann ich dir schonmal geben. Turkey gizzard stone. Okay. Und growth potion. Habe ich beides nicht. Müssen wir beides irgendwie hinkriegen. Und wir hinkriegen. Weiters. Weiters.